Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal Nights in Palmen irgendwas. Palmen mit Patina, genau. Mit dem Onkel zusammen. Ja, halli, hallo, hallöchen. Geht hier direkt weiter. Wir haben uns mal ein bisschen ausgestattet, hier mit Schleifstein und Co. Waffen wieder fit gemacht. Onkel hat den neuen Prügel. Genau, ich hab, um es mal zu zeigen, ich hab mir die Axt schnell angefertigt und ich habe ganz kurz hier Portalsteine mitgenommen und habe mir auch Schleifsteine gemacht und ich habe mir diese kleine kupferne Axt gebastelt, weil die einfach stärker ist. Und ich dachte, ich würde jetzt das hin und her reißen. Das müssen wir jetzt nicht mit unbedingt laufen, aber wir haben das schnell dazwischen gemacht. Und wir gehen jetzt hier weiter und wir haben festgestellt, wir müssen Eisen farmen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo Eisen herkriegen. Okay, ich mach natürlich kein Eisen. So, wau, mal gucken, wie schön jetzt so meine... Wow, 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 wow. Wow, Stein-Golem oder so ein Scheiß. Oh, was bist du hier? Wow, der schießt, der schießt Fäuste, Alter. Ich geh mal kurz weg. Ja, gut, Auftakt. Der scheiß Stein-Golem. Also, 51 Schaden, das geht schon. Oh, ausweichen. Ja, ausweichen. Oh, fuck. Ich hab den Fäilz-Golem fast gehabt. Oh, was ist das Typ, was das Ding da ist? Wo ist der Golem hin? Absolut tot. Hast du ein Ketür, oder so was? Jo. Absoluter Wahnsinn, die Fächerchen. Wahnsinn. Oh, ich sterb doch. Bin schon wieder tot. Klasse, Mist. Ja, die können auf jeden Fall was. Schau, wir müssen die Werkbank, die zweite Werkbank herstellen. Okay. Damit wir... Damit wir, äh, vielleicht stärkere Rüstungen so machen können. Ja, wir haben das. Sehr schön. So. Fast Level 3 wieder voll. Irgendwann darf man auch ausgehen. Na, ich bin halt ein Noob momentan noch. Wow. Da ist der Dr. Golem. Oh, der teilt sich auf. Ja, toll. Sieß. Wow. Ja, sehr schön. So, wir müssen gucken. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen unbedingt Eisen. Das ist halt die Frage. Gibt es hier überhaupt Eisen, ne? Das ist halt jetzt... Ich würde sagen, dann lass es... Man kann doch hier nachgucken. Äh, haben wir schon alles gefunden? Hm, ich glaube ja. Du, äh, hier gibt es kein Eisen. Hier gibt es kein Eisen? Ne. Kein Eisen? Nein. Ja. Was halt, okay. Ich würde sagen, dann gucken wir, was es hier noch schnell gibt. So an Höhlen... Wir machen die Dings, ne? Ja, eben. Alter, Schwede. Ich komme. Oh, ein Drache. Ui, die hat noch ein Pfeffer. Ich werde mir fliegen, wenn irgendwas... Batsch. Na, mit der Axt klappt das doch schon viel besser. Ich muss mich in Ruhe, du Fliegenvieh. Kann ich nämlich nichts ausrichten. Da forscht er mich. Okay. Was gab es da oben noch lang? Joisch. Da, 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 da. Ah, hier ist ein kleiner... Oh, was ist denn das? Cool. Ne, das Portal baue ich doch gleich mal auf, ja? Geld, ne, war das jetzt... Jo. Achtung, da kommt... Schön, schön, guti, froh, die. So, war schön, schöni. Oh, oh, schön, du kommst. So, aufgebaut. Ja, komm, jetzt. Also, ich mache jetzt schön Damage, muss ich sagen. Ich mache schön Damage, gefällt mir. Das sieht gut aus, doch. Das sieht sehr gut aus. So, ähm... Natürlich geht das bestimmt auch noch besser, mit dem Damage. Es fehlt uns aber trotzdem noch ein Portal. Das sollten wir noch schnell suchen. Vorher wieder abziehen. Basalt ist auf jeden Fall gut. Wie gibt es noch bessere Schleifsteine? Hier oben vielleicht was? Ne. Oh, Basalt. Ob. Ich glaube, ich hatte doch von... gegen die Mumie gekämpft habe. Oh, Steinkohle. Hatte ich doch... Ah, hier ist ein Turm. Ja, genau. Du musst irgendwie... Ja, das ist... Genau. Quatsch. Warte, ich kann nicht sch... Was ist jetzt das? Ich kann nicht schlagen. Text. Ach, ich habe auf den Scheiß-Schleifstein gewechselt. Hm. Keine Ahnung, kann ich natürlich nicht zuschlagen. Okay, gucken wir mal hier runter. Antige... Antige Zehner haben bekommen. Oh, hier ist ein Eisholz. Okay. Oh. Äh. Giftmutter. Das ist keine mehr. Oh, ein Pilz. Kleine, hässliche Morde. Hallo, Skeledor. Skeledors putt. Oh, noch einer. Oh, ich bin tot. Boah. Ich bin echt transportiert. Ähm. Scheiße, wo bist du jetzt? Ach du, unter mir. Oh Gott, wir suchen die ganze Insel, aber die Scheiß... Die Scheiß... Der Scheiß-Turm ist genau neben dem Spawnpunkt. Wir sind einmal rundherum. Hui. Oh, hier oben ist eine Kiste, die auch immer aussehen. Oh. Kupfererz, Kupferplatten, grüner Smaragd, Schleifstein und schwacher Heildrank. Und ein Level. Das ist natürlich wichtig. Kann man denn jetzt irgendwas machen? Nee. Gelinderte Schmerzen kriege ich dann als nächstes Level-Gedöns. Okay. Okay, cool. Nee, ich hab wieder ein bisschen... Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da. Oh. Ich krieg langsam mehr Stärke dazu. Drei Türen. Warte mal, ich kann ja hier mal ganz kurz... Ja, ich hab das Licht geklaut. Welche Tür zuerst? Oh, direkt vorne steht da. Hallo? Oh, ich bin wieder auf die Schleifstein gegangen. Okay. Scheiße, ich hab keine Haltringe mehr. Ich hab' ich wieder verkorkt hier. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Du musst jetzt in... Hölle. Hier zu, 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 zu. Zu, zu. Höhe. Lass ich nicht sehen, tut mir nicht weh. Lass ich nicht sehen. Tut mir nicht weh. Alter! Warum köpst du an mich im Fall, wie du dreckst da? Er findet sich halt so Quatsch! Arschloch! Boah, wie viel Heildränger hast denn du? Weil ich seh gerade ein bisschen alt aus. Ähm, ich habe noch zwei. Okay, dann siehst du auch alt aus. Okay, hier ist nichts weiter. Wir suchen noch ein scheiß Portal. So, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, Tor Nummer zwei. Ist das sicher? Ist das sicher, dass wir noch ein Portal suchen? Ja. Ja, wir suchen noch ein Portal. Danke. Okay, ich muss besser aus... Antike Zähne habe ich gefunden. Das ist sowas interessant. Ja, geil, oder? Ich muss besser ausweichen. Ich muss besser das lernen. Ich muss besser ausweichen. So würde ich sagen. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ja, stimmt. Ich komme! Ich komme! Oh, hier ist auch was drin. Oh, das ist gut! Anarchy! 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 Oh, ich habe Haufen welche Schleifsteine! Ja, cool! Hm! Hm! Kommt so! Alter! Die wollen mich doch verarschen! Hau ab! Ich komme! Ich habe auch keinen Heidrang mehr! Nix mehr! Doch! Schwing! Und nur ein kleiner, wenn ich zweimal trinke, ist alle! Also, wenn ich mich voll mache, ist alle! So würde ich sagen! Zwei Pilze habe ich noch, die bringen auch noch ein Leben! Muss mal gucken, ob du mit etwas Essbares dabei hast! Äh... Zehner! Nee, habe ich nicht! Ich schleifst da eine sehr schöne! Da draußen ist nichts! Nix! Nix! So, eine Tür brauchen wir noch! Ich habe ein großer Bläthaufe! Da ist der Haufen! So, die Tür haben wir! Die Tür haben wir jetzt! Genau! Hallo, genau! Hallo, hallo, hallo! du ja mein gott ich habe ein reichkrieger sparta ok wie tief geht es jetzt aber richtig tief jetzt aber richtig tief die runde jetzt haben wir schon das portal alter schwede sara der macht jetzt gut damage also baumwolle kupfererz kupfererz plantenblock veredelter grünen smaragd und kleiner mann smaragd mannertrank so rum jetzt fehlt es aber trotzdem noch das scheiß portal das ist definitiv hier nicht ist halt die frage wollen wir jetzt in der folge jetzt noch in das neue portal erstmal schon mal reisen ich würde gerne das eine portal mal noch ja sicherlich dass man die ganze portale offen haben und dann kann man ja später je material was wir brauchen dann immer in die portale reisen clever clever wo geht es denn hier raus jetzt weiß ich immer warum ich in solchen rollenspielen nicht so gut bin ja weil ich immer einen nahkämpfer nehme ja das könnte definitiv ja das könnte definitiv ja das könnte definitiv ja das könnte schwach sein ja guter grundteil ja warte mal was ich habe ich ein haus gefunden haben wir ein haus gefunden mhm aha mit dem kotzer drin mit baumwolle schuppen kupfererz veredelter grüner smaragd und schleifstein also schleifsteine habe ich jetzt wirklich äh massenweise 25 stück ui ich habe gar keinen hm kann man die nicht teilen irgendwie sieht so schön aus oder wie hm ich habe es gefunden wo bist du? ah ich sehe deine perele aber die haben vom schleifstein die 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 äh äh den cooldown weg macht echt? finde ich gut aua au ist mir so gar nicht aufgefallen sie sind ach ne wir sind aua 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 wow tief gefallen ey die steigwolle sind ja hässlich hab ich doch echt Glück oder? wir sind gerade hier wieder raus cool level 6 schnell gehts schnell gehts so wo war jetzt das portal äh dahinter wo die ganzen bösen gegner sind na super warum kriege ich das wieder ab? weggeblieben ich komme nicht klar mit dem ausweichen und so das ist teilweise teilweise schwierig wenn du ganz viel gestrub hier rumstehen hast ich glaube ich muss meine egosicht annehmen äh ich muss mir doch meine egosicht annehmen die egosicht ist in der Hinsicht da wieder wirklich beschissen wenn ich nichts was irgendwie rumstehen lässt ich bin schon wieder tot MEINE Fresse wo ist nero? da wo ist nero? haha ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß gleich babam oh palmenblatt so wunderbar siehste sind wir bei 17 Minuten und haben sogar wir haben wir könnten aber nochmal nach hause fliegen und ein bisschen ausräumen oder? das würde ich sagen ja bis wir zu hause sind ausgeräumt haben äh komm hier böse böse gegner äh ich reise einfach mal ich zieh dich einfach mit wir machen uns eh seit die gegnern tschüss hahaha hat er gedacht hehehe 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 wunderbar wunderbar oh diese friedlichen hügel ich liebe sie ja auch schon gut dass wir unsere Plätzle hier eingerichtet haben ach joo schau mal bei anderen nachgeschaut die gucken die sind da auf irgendwelchen anderen Inseln wie rollen wir das hier los ich find's schien ah das muss erstmal aufbauen wir haben viel zu viel Müll gebaut hier weißt du das? mhm trugel bei mir am Anfang erst übelst haha ähm ich sollte vielleicht wirklich mal haben die sind da was ist das hier ach ich liebe it ich liebe es wir haben hier nichts gut hier haben wir nichts okay da haben wir nichts okay Das ist ja eine Aufteilung. Was haben wir da? Nichts. Ich tue mal die Zähne. Nichts. Die Zähne habe ich mal mit hin. So die Knochen. Das klingt gut. Das weiß ich auch tun. Schuppen. Ja. Rezept für verschleierter Hut. Rezept für verschleierter Hut. Rezept. Baumwolle habe ich. Baumwolle habe ich. Baumwolle. Habe ich. Ich habe Baumwolle. Wo haben wir Mahle tränke? Und ich habe hier auch Seide. Seide? Ne Quatsch. Nicht Seide. Was ich hier? Überplug. Ich sehe gerade. Ich habe hier irgendwo Baumwolle. Genau. Ich rabe Baumwolle vergessen. Baumwolle. Was haben wir hier? Ei. Eieiei. Wie ist er zum Essen da? Habe ich Steine oder nicht? Basaltsteine. Habe ich mal hier rein. Hier. Hier haben wir Zähne. Zähne ist gut. Hier ist ja Holz. Hä? Haltsteine. 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 Das ist Quatsch. Gartenpilze. Haltsteine. Boah, das Gesuche in den Kisten nehmen. Ja, genau. Das würde ich sagen, machen wir unseren Zuschauern tun wir das nicht an. Zu spät würde ich sagen. Ja, wir hören aber auf, bevor es am schlimmsten wird. Kann das sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne meinen Onkel vorbei. Link ist in der Beschreibung. Oh yeah. Und ich würde sagen, bis bald, ihr Porto-Ritter. Ciao, ciao. Tschüss.